Gesehen, Stefan, was stehst du da umeinander? Ich habe den Raul wieder aufgelandet. Das ist sehr cool. Ich fahr auf die Blohe. Schauen wir uns den Steinweg an. Passt optimal, da fahr ich mit. Na ja, auf geht's, dann fahren wir halt. Schauen wir uns das an, oder? Danke. Tourismus und Kultur sind im Winter eng miteinander verknüpft. Mit dem sanften Tourismus, wie dem Wandern oder Radfahren, kommen zahlreiche Gäste in die Gemeinde und können von hier aus auch auf tschechisches Gebiet gelangen. Mit einem Themenweg könnten neue Möglichkeiten für die Menschen im energetischen Bereich geschaffen werden. Und hier sehen wir uns zwar auch. Mit einer Sprache öffnet sich, weil wir die Menschen in der Zeit haben. Wir sind für die Menschen in der Höriar, wo wir immer noch mehr, die Menschen in der Zeit kommen müssen, der sie mit保fde, die Menschen in der Zeit Clyde zusammenares. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020